Yo Leute, Chef Stroh ist hier am Start mit einem neuen Video. Heute geht es um die Crown Championship. Wir gehen live um 17 Uhr live aus Berlin. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Ich glaube, es geht um 50.000 Dollar Preisgeld. Auch am Start ist natürlich Max, Lukas, Jolly wird gerade fertig gemacht. Und ich würde sagen, schaltet auf jeden Fall ein. Ich packe den Link noch in die Beschreibung oder in die Kommentare, dass ihr einfach auf den Link kommt. Live auf YouTube, live auf Twitch, je nachdem was ihr so schauen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich live.